Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Hausflippers! Ich habe in der Zwischenzeit zwischen der letzten Folge und jetzt hier den Parkett weiter ausgelegt, damit ihr das Ganze nicht miterleben müsst. Ich bin eh schon wieder ausgerastet, immer alles zu suchen. Und ich habe hier vorne schon eine Idee hingelegt und zwar hier einen Teich. Einfach hier so schön mittig. Hier tun wir dann davor so ein bisschen kleinere Sträucher, dahinter größere Sträucher, also richtig so Natura. Und hier setzen wir ein Teich hin. Mit dem würde ich jetzt anfangen, wenn ich mag sie wissen, wie der ausschaut. Und ob das gut ausschaut. Das Loch passt. Erde bedecken. Und jetzt setzen wir Wasser füllen. Ja, okay. Das ist halt ein Teich. Äh, pflanzentechnisch. Was hätten wir denn da? Na, ich brauche irgendwas Flaches. Was Flaches. Güstel, Bustel, Bums. Ne, Bustel, Wumms. Auch nicht. So flache Sträucher. Wie schaut denn das aus? Jetzt kaufen. Ach du heilige. Das passt dahinter. Aber gut. So hier. So hin. Jetzt muss man die nur noch... Alter, wie lang dauert denn das hier? Ich setze jetzt mal hier die Pflanze. Ich weiß zwar nicht, wie gut das ist, aber... Scheiß drauf. Loch füllst du nicht aus. Ja, es überragt so ein bisschen. Das ist perfekt. Genauso wollte ich das eigentlich haben. Ich sehe nichts! Ja, das schaut doch ganz gut aus. Jetzt ist die Frage, was machen wir da vorne mit den Dreckspflanzen? Pflanzen? Tropisch? Rabatte? Hat's da irgendwas so Flaches? So... Flach halt? Kaufen viele. Oh, cool. Ja, davon setzen wir noch hier. Jetzt müssen wir die nur so... Drei um drei setzen. Die finde ich nicht schlecht. So. Das habe ich da vorne wahrscheinlich so ganz leicht verkackt. Wie glaube ich denn da? Eins, zwei, drei, vier. Hier habe ich... Drei, weil wir den hier immer ein bisschen... Komm du mal dorthin. Dann tun wir dich so ein bisschen nach da drüben versetzen. Dann passt du. Dann musst du noch ein bisschen weiter weg. Wollte ich halt einfach das hier so abschließen lassen. Ja, die verkaufen wir einfach wieder, oder? Dann hat sich das doch so ein bisschen ergeben. Dann habe ich nicht vorne in der Mitte schon alles fertig. Das finde ich schon nicht ganz gut aus. Also es hat... Es ist besser als das, was ich normalerweise aufsetze. Okay? Und ich wollte immerhin weiter mit Wasser machen. Und zwar habe ich gedacht, dass wir das hier so als Essensplatz für draußen nehmen. Und da habe ich vorhin was Interessantes erfunden. Die Frage... Äh, gefunden. Die Frage ist nur, wo? Ich weiß nicht mehr, wo. War das unter Sonstiges? Nee, war es nicht. Das war unter Architektur. Nee, das war unter... Ja, Herrgott. Wo war denn das? Niedriger Holzzaun. Möbel? War das unter Möbel? Ist ja doch nicht unter Möbel. Ach, das gibt es doch gar nicht. Wo war denn das Dreckswasser? Sonstiges? Nee. Decken kann es auch nicht gewesen sein. Zäunisch. Schmucke. Genau, unter Schmucke ist es gleich, das ganze Zeug. Und zwar hier unten war das... Die Wasserwand gerade. Die schaut grändlich, zählt gleich gar nicht so scheiße aus. Ich sehe zwar keine Wasserlämmchen, von denen die hier labert, aber... Wir machen das hier. Jetzt kaufen. Und setzen das mal an die Wand hier. Das schaut bestimmt... Ja, macht irgendwie Licht. Ich sehe es halt... Ah, ich könnte mal... Macht Licht, bringt sich aber nichts. Aber ist wahrscheinlich sowas ganz berührendes, wenn ihr da ein Wassersplätschert. Ja, Leute, wir brauchen jetzt hier noch so Möbel. Solches komisches Gezeugs namens Möbel. Da gibt es bestimmt irgendwo Tische. So, Stühle. Gartenschemel. Ja, was nehmen wir denn da? Lass mich mal nach vorne bringen. Das ist jetzt eine gute Frage. Was nehmen wir denn da? Ich überlege mir die ganze Zeit auch wieder so ein... So ein Ding. So ein Billing-Sessel. Sessel gibt es auch. Und Bänke. Das sind auch Bänke. Okay, okay, Tische. Geben wir mit Modern hier rund. Naja, wir machen wieder hier so. Die Beine schwarz. Oh, das wäre ein bisschen zu heftig. Ja, jetzt kaufen. Und den stellen wir hier so... Und dann brauchen wir ja nur noch die Sitzmöglichkeiten. Ne? Sessel war das, glaube ich, dann. Ne. Bänke? Stühle? Ach, jetzt komm, jetzt verarsch mich nicht. Wo sind die runden Teile da? Ah, das passt mir so. Jetzt kaufen. Und ich hätte wahrscheinlich wieder mehr drücken müssen, ne? Ich kenn mich doch. Ja, hätte ich. Ich hätte wieder mehr drücken dürfen. Ach, schau, dann geht es nicht auch perfekt dran. Das ist doch ganz gemütlich. Und es bietet viel Platz. Die Frage ist nicht, sollten wir eher die... Warte mal. Tu mal den Tisch hier weg. Ich frage, jetzt sollte man nicht eher den Ausgang nach da drehen, wo man die braucht. Also, dass man sozusagen das jetzt hier noch alles ein bisschen nach hinten setzt. Da wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz einfach dazwischen sein. So, dann passt das nicht wieder. Lustig, jetzt passt das wieder hier nicht, hä? Ist das wirklich so, dass das sozusagen entweder passt dort oder da? Hä? Ah, das hat doch gerade eben noch so gut gepasst. Jetzt passt das wieder, hä? Ja, war wahrscheinlich wieder ein Bug. So, okay, äh, zack. Nee, warte mal. So. So, perfekt. Weil dann geht der Ausgang nach da, wo man auch hin muss, ne? Und, zack, hier rum noch. Ach du jede, das hat jetzt einen Spaß, den Mitglied anzurichten, ne? Na, jetzt schaut es doch gut aus. Ganz gemütliche Sitzecke. Licht wäre noch wahrscheinlich was ganz Schlaues. Licht. Okay, das ist vielleicht nicht schlau. Lampe. Oh. Ist jetzt nicht das, was ich gedacht habe. Schmucke. Hohe Außenlampe. So, wir tun da so auf der... Ja, jetzt kaufen. Schick. Cool. Ähm. Da, 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 da. Liegestühle. Da in die Mitte, eiskalt einfach Liegestühle rein. Die fallen unter Erholung wahrscheinlich, ne? Und dann Spielplatz, Hängematte, Grills, Außenfitteln, Schalke. Liegestuhl? Liegestuhl fällt nicht unter Erholung? Was? Was heißt, war denn das nicht mehr? Möbel? Liegestuhl. Aha. Aber was nehmen wir denn diesmal da? Ich würde diesmal Holz nehmen, weil Holz einfach auch geil ist. Und dann so ein bisschen... Nehmen wir hier ne Eiche. Kaufen wir hier mehrere Stück gleich mal. Weißt du, wenn mal deine Friends da sind und ihr alle chillen wollt, dann wollt ihr auch richtig geile Liegestühle haben. Und wenn ich die nicht verkackt hätte, soweit wie möglich nach hinten zu setzen, wären die jetzt auch gut platziert gewesen. Meine Güte. So. Also im Glück gibt's diese Anhaltspunkte, wo man die davor stehen hatte. Zack. Sollen wir eiskalt einen so zusammenstellen? So für... Family... Family friendly. Ganz chillig. Hier hat man jetzt seine Liegestühle. Dann will ich aber hier den Pool... Ich will den Pool, ey. Äh... Ja, und was fehlen da jetzt wieder? Schmucke? Fällt der wieder unter Schmucke? Ja, sicher, oder? Dann nehmen wir hier... Moline, Pflaster, Hinterhof, Pflastersteine. Wir nehmen sowas hier jetzt einfach mal. Ja, das schaut doch ganz gut aus. So dunkel hier. Jetzt kaufen. Ach du Himmel. Ja, der ist groß. Jetzt ist die Frage... Wie nah sitzt man den denn hin? Ja, warte mal. Ich muss doch irgendwie sehen, wo ich den hin platziere. Kurze fix. Passt das? Ich hoffe mal. Ich grabe jetzt einfach mal das Loch und hoffe das Beste. Hüpfe mal rein, Pool. Ich bedecke die Erde... Den Pool mit Erde. Ja, das schaut ganz gut aus. Ja. Dann würde ich außenrum aber noch so eine... So eine Reihe von diesen Dingern hier legen, oder? Einfach nur, weil sie es gehört und vor allem, dass man auch gescheit gehen kann. Und damit sie nach... Was einheitlich mal ausschaut, brauchen wir diese 1 Meter Platten wieder. Wo sind sie denn hier? Verbund? Holz und Schwarz kaufen viele. Nicht so. Meine gute Herrschaften, wie ist es nicht, wie man einen Pool baut. Nein! Ah, Dreck! Heiße! Ich will jetzt auch noch nicht unbedingt so lange mit dem Bau des Gartens jetzt ärgern, weil ich weiß nicht, wie gut das bei euch ankommt. Und ich kenne mich doch. Ich könnte wieder eine Ewigkeit hier dran einfach nur rumhängen. Versuchen, den Pool perfekt zu bauen. Nach meinem Augen nach. Obwohl ich auch irgendwann wahrscheinlich eine Krise kriegen würde. Aber das ist um einige später, wie ihr euch denkt... Oh Gott, kann der Typ endlich mal aufhören mit dem Scheiß-Pool die ganze Zeit. So. Deswegen gehe ich einen Kompromiss ein. Ich tue einfach hier außen... Ich tue hier außen auch einfach ganz, ganz... wenig machen. So. Jetzt muss ich aber hier wieder diese 50 Zentimeter Gehsteig-Dings-Platten kaufen. Wo sind denn die? Da. Kaufen viele. Das ist jetzt ungefähr jedes Problem, weil halt... es nicht ganz passt. Würde es jetzt passend gemacht... passend aber auf die 50 Zentimeter hin. Nein, passend sind nicht. Dreck! Gehsteig-Platten. Jetzt muss ich hoffen, dass es die... nicht in gedrehter Form geht. Gibt es? Sind die gleich in gedrehter Form, oder? 25 Zentimeter. Jetzt bitte nur noch... Braucht genau das mit Rand. Bitte, 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 bitte. Hier unten gibt es das. Genau so. Und auch so. Aber warum gibt es das dann nicht... nochmal genau andersrum. Das ist Cybermobbing hier. Ihr habt doch gewusst, dass ich den Pool so platzieren werde. Ey, da muss ich die jetzt halt nehmen. Und hoffen, dass das jetzt nicht allzu stark auffällt. Wir können ja irgendwann mal schauen, ob das als Zustand auffällt oder nicht. Ah! Da ist jetzt halt das dezente Problem. Gibt es hier auch in gekürzter Form? Ach komm schon, das gibt es doch gar nicht. So schwer kann doch so ein Scheiß-Garten nicht zu bauen sein, oder? 50, 50... Oh Gott. Ich gebe mir die Scheiß-Fuchtskopplatte jetzt. Dann drehen wir die halt hier zu, dann ist das hier so das Eckstern. So. Ja, so schlimm schaut es jetzt nicht aus. Natürlich könnte ich jetzt hier noch eine Reihe vorsetzen, aber da kriege ich ja die Krise. Jetzt haben wir aber den hier im Pool. Auch mit außen rum, Häggie. Ich würde das jetzt schon wieder ausbessern, ne? Ähm. Zaun, ne? Ich habe sowas mit Zaun gelesen. Zäune. Na, so einen Zaun brauchen wir doch zu Himmel, Hilfe nicht, ne. Ich würde also gerne so einen Strauchzaun vielleicht machen. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wenn es blöd läuft, tue ich bis zur nächsten Folge wieder Boden machen. Aber das werden wir dann sehen. Also bis dann. Ciao! Ja! Oh! Everything changes.